Ciao, willkommen, neue Ankündigungen für morgen. Heute wieder gehen morgen bis die Young Boys gegen Gizzi schauen im Start der Suisse in Bern. Da wollte ich euch mitnehmen. Und ja, das war eigentlich keine Ankündigung. Und ja, heute war ich mit meinem Bruder hier in Bern, wie ihr es vielleicht im Vlog oder Video gesehen habt. Es ist immer noch so weh. Und ja, ich habe ein neues Schuh gekauft, ich werde nicht in so einem Nice-Lotel. Und ich würde euch nur sagen, morgen gibt es ein Kohlest. Die Halbe ist um 19 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr, 17 Uhr. Und ja, bis dann, können wir uns einfach freuen. Der, wo geht ins Stadion, wäre cool, wenn wir uns engen. Ich gehe Sektor C, in Sektor C, 10, bei Platz 512 und 511. Ich sehe so Abonnenten jetzt so, ich sehe so 512 und der Abonnenten jetzt so einfach neben mir, so bei 513. Das wäre so krass. Ich sehe vor, weil das wäre cool, wenn ihr mich treffen würdet, ein Foto machen. Und dann würde ich nur sagen, herzlich willkommen hängen mit meinem Vater. Und ja, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.